Hallo und herzlich willkommen zu einem World of Warcraft. Das ging jetzt aber ganz schön schnell. Ich war gerade gar nicht drauf vorbereitet. Ich habe mir gedacht, das dauert wieder so eine halbe Stunde, bis ich wieder spielen kann. Aber, jo. Da sind wir wieder in Tempel von Kathmandu. Wir nehmen erstmal das hier mit, dann nehmen wir das mit. Dann satte ich mal schnell auf. Ich habe mir gerade was zum Essen gemacht. Meine Güte, das kann ich noch nicht mehr essen. So, schnell ausattern und nach vorne reiten und probieren uns diese Flaggen das holen. Hey ... Hey ... Come hier, jetzt zum Schluss. Geh, der muss ich mal wollen. Mensch, ich muss eine Stecke. sehr gut kennt ihr das wenn ihr auf der arbeit duschen wart und von der dusche wiederkommt zieht euch frische socken an und seht dass sie ein großer loch in der socke hat. das ist übrigens krass hier. einmal hatte ich das gehabt, da habe ich auch so ein loch in der socke, habe mir am nächsten tagen arbeitskolleges auch ein geschenk. so so Da ist er, komm her, ich krieg' mal. Geht's, guten. Muss er hin? Gleich aufgepasst, wo er hingerannt ist. Schnappen wir uns den mal. Och nö. Warte ich mich noch gerade schnappen. Schnappen wir uns den mal. Schnappen wir uns den mal. Jetzt nehmen wir mal hier diesen Ball. Der sieht schön aus, den will ich auch haaren. Schnappen wir uns den mal. Ach, wir haben gestern. Nein. Ach Mensch. War meine Heilung eigentlich bereit? Ach, ich hätte auch meinen Gesundheitsstein benutzen können. Ach je. Ach je, mi ne. Aber es sieht eigentlich ziemlich gut für uns aus. Wir haben fast doppelt so viele Punkte wie die Alice. So, schnell wiederbeleben lassen. Zehn Sekunden noch. Mein Toast lächelt mich an. Nein. Ich weiß dich jetzt nicht an. Gebafft, aufgesattelt und los geht's. Oh. Hui. Ah. Oh nein. Na gut. Ah. 5 Sekunden. Hehehe. Go, 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 go. Ha. Die Quest kann ja weg werden. Erstmal minimieren. Die brauche ich ja jetzt nicht. Ne. 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 Willkommen. Schönen Wasserschreiter. Oh cool. Cool. Die Welt ist so ein cool. Schurke sind jetzt Schurke sind jetzt Schurke sind jetzt Warum ist der Schurke stärker wie ich? Das kann doch nicht machen Der hat gesheated Obwohl W.O.W. zu hacken ist ein bisschen schwer Ich habe es selber schon gemacht Ich wollte erwischt Wie ich W.O.W. gehackt hatte Das gibt es doch nicht Wir haben den zu zweit nicht geschafft Ich habe den vorhin einmal alleine geschafft Komm jetzt nicht War da ein Heiler? Nee Ach egal Schurke sind sexy Kugels weiter Ach mir hat jemand gesagt Ich spiele gar kein PvP Ich spiele sondern RBG Okay Weil ich habe irgendwann mal gesagt Dass ich hier PvP spiele Da waren zwei gewesen Das war unfair Obwohl allein hätte ich gegen den auch nicht gewonnen Obwohl vorhin habe ich doch einmal gewonnen Aber der hat bestimmt dort von anderen Hexor oder sowas gehört Das kann auch sein Das kann auch sein Das kann soviel sein Ich hatte da auch nicht so drauf geachtet Oh meine Liebe Genau von 6 Blugs Nice nice Ich habe einmal die Kugel besessen Schwach besessen Von der Kugel So Dann bin ich wieder hier Hier habe ich eine Quest eigentlich noch Aber ich glaube Die würde ich nicht machen Ich muss morgen wieder früh aufstehen Und ja Ich hoffe euch hat die schnelle kurze Runde gefallen Ich freue mich wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß Und auf Wiedersehen